höre glaube und lebe durch das inspirierte wort gottes herzlich willkommen zur täglichen andacht aus maranatha einem andachtsbuch von angie white eine ganz besondere auferstehung 30 september und viele die unter der erde schlafen liegen werden aufwachen die ein zum ewigen leben die anderen zu ewiger schmach und schande gott entschloss sich sein volk um mitternacht zu retten während die bösen sie umringt hatten und spotteten erschien plötzlich die sonne und schien mit voller kraft und der mond stand still dunkle schwere wolken zogen auf und prallten aufeinander doch es gab eine freie stelle beständigen glanzes von dort aus kam die stimme gottes wie das rauschen vieler wasser und erschütterte himmel und erde es gab ein mächtiges erdbeben die gräber sprangen auf und alle sabbat halter die während der zeit in der die botschaft des dritten engels verkündigt wurde im glauben gestorben waren kamen aus ihren staubigen betten hervor verherrlicht um dem friedensbund zu lauschen den gott mit allen schließen wollte die sein gesetz gehalten hatten die in jesus schlafen werden aus ihrem kerker zu herrlicher unsterblichkeit gerufen er ist auferstanden liebe freunde und in eurer niedergeschlagenheit sollt ihr daran denken dass jesus euch zur seite steht um euch frieden zu geben ich weiß wovon ich rede ich habe eine zeit erlebt in der ich dachte die wellen würden mir über den kopf gehen damals war mir der heiland so kostbar als mir der älteste sohn genommen wurde empfand ich meine trauer sehr tief doch jesus kam an meine seite und ich fühlte seinen frieden in meiner seele der kelch des trostes wurde mir an die lippen gesetzt und dann wurde er der mir 36 jahre lang mein gefährte gewesen war genommen wir hatten seite an seite im predigtamt miteinander gewirkt doch dann mussten wir dem krieger die hände falten und ihnen in stille grab zur ruhe legen wieder schien mein kummer sehr groß zu sein doch schließlich kam danach der kelch des trostes jesus ist mir so teuer er ging an meiner seite und er wird auch an eurer seite gehen wenn unsere freunde ins grab müssen finden wir sie schön vielleicht legen wir unseren vater oder unsere mutter zur ruhe doch wenn sie auferstehen werden alle jene runzeln verschwunden sein doch ihre gestalt ist da und wir erkennen sie wir wollen darauf vorbereitet sein diese lieben freunde zu treffen wenn sie am auferstehungs morgen hervorkommen sollen wir uns an die hoffnung plammern die uns im evangelium angeboten ist dass wir ihm gleich sein werden weil wir ihn sehen werden wie er ist der herr segne und behüte dich und gebe dir seinen frieden nächstes mal beginnen wir einen neuen abschnitt mit dem thema ereignisse bei jesu wiederkunft die erste andacht am ersten oktober hat den titel die ihn durchbohrt haben werden ihn sehen